das läuft das läuft gucken wir uns den nächsten auftrag an der es wahrscheinlich nicht mehr hier war ins serie kost das ritual ach so dann kann ich jetzt wahrscheinlich das freischalten richtig noch nicht ich muss immer noch die aufträge abschließen also lasst uns nach serie kost gehen und da sind wir auch schon und es regnet es regnet und regnet und regnet wo ist denn das quest hier unten okay wir gucken uns erst mal hier die belagerung von kargukur an mal sehen wie viele oder welchen level dort die gegnerischen hauptmänner haben das haben die dann bestimmt irgendwann geändert dass das für den end screen nicht mehr so viele benötigt werden weil sich bestimmt ein paar meinungen geregt haben die das nicht so gut fanden kann ich mir vorstellen kann ich mir durchaus vorstellen aber wir gucken nur rein vielleicht machen wir irgendwann noch mal eins davon online mal sehen mal gucken wie viele und was da auf und 76 ja es wird schon habe ich über 70 da muss ich erst noch ein bisschen leben ja es ist schon interessant okay wir wollten aber unser quest weiter machen und dafür reisen wir hierher ich weiß zu gut wie es ist wenn man etwas will das plötzlich unerreichbar wird wirklich das weißt du großartigst die auserwählte eltariel hat einen boten gefunden der informationen zu den auserwählten hat arbeite mit ihr zusammen um herauszufinden was er weiß dann rennen wir erst mal zu eltilein es gibt noch einen wurm den wir fassen müssen und welche botschaft bringt er befehle für drei hauptmänner sich beim ritual einzufinden er kommt durch dieses lager tja er wird es ziemlich verlassen vorfinden das hier hat schon aufgeräumt war da vorne ist ein wurm nennen wir den ach ne da ist gar kein wurm da kann ich infos sammeln aber nun gut ja ist halt meine ne achso dann kann ich hier ja gut dann decken wir mal hier einen auf level 23 nicht die welt da vorne geht es also weiter befehle deinem verbündeten zu töten gedrückt halten oder was passiert nichts wahrscheinlich wenn ich welche übernehme aber machen wir nicht das x ein bisschen verpasst wo seid ihr denn oben auf dem turm ja so das läuft mal gucken können wir ihn ein bisschen kitzeln naja lässt sich nicht so schnell kitzeln aber jetzt nehmen wir doch nicht na gut dann müssen wir es auf die altmodische weise machen wo ist er der nächste da unten versteckt sich noch einer mist kein fokus mehr dann so acht von neun wo denn ach da na elti was machst denn du hier so kannst du dich mal ein bisschen einbringen aufgrund eurer verhöre haben die würmer jetzt eine leibwache ich begebe mich nach oben und eliminiere die eskorte na dann mach das das werden wir sehen da kommen sie siehst du sie erst jetzt das wird einfacher als gedacht oh ja komm dran hier jungs 1 2 3 4 5 boah das läuft boah das läuft wir siege mehr oiks als ja aber wo ist sie denn die gute ach vielleicht muss ich denen ein bisschen entgegentreten talion 8 eltariel 0 was machen die eltariel ich dachte die metzelt auch ein bisschen so tschüss ach da oben die schießt von da oben oh ich brauche ein bisschen Mist da kommt er wir müssen herausfinden was er weiß ich brauche erstmal ein bisschen 3 hat sie schon oh ist ein licht soll euch ein licht aufgehen jungs wo sind die hauptmänner die auserwählt wurden sie kommen von der festung sie sollten bald hier sein bringt ihn aus dem gleichgewicht und dann besiegen wir die restlichen noch unsere freunde haben es ganz schön eilig oh die hauptmänner unser kleiner wettstreit ist noch nicht vorbei die sind halt jetzt ja leider das hätten sie ein bisschen anpassen sollen na oh mein mein freund au komm schatten aufsitzen ah schatten aufsitzen geht nicht ach weil ich vergiftet bin wahrscheinlich komm lass mal das gift weg Gift weg Mist jetzt gehts jetzt ab ah jetzt haben sie mich wieder vergiftet die Jungs na dann mach ich so endlich das verdirbst du mir nicht nein ich werde auserwählt und wenn ich es mit deinem blut an meinem körper tun muss natürlich wo ist da na aber irgendwie brauche ich ein bisschen Heilung da ist ein Wurm menschengerecht du bist zu spät ich bin bereits vorgeladen und während ich erwählt werde wird deine Leiche hier abkühlen na warten wir mal ab mal gucken kann ich hier ne das sind wieder nur Infos ah Mist nur Infos ich brauche hier aber gar keine Infos wahr Mist 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 ich brauche irgendeinen der mich ein bisschen heilt ist hier keiner mal da ne ich verlasse die Auftragsgegend nicht na gut dann pirschen wir uns pirschen wir uns mal ran Mist so nehmen wir dich als erstes Junge so hier war doch so eine Kiste ja da hat die was gebracht ah der ist feuerfest Mensch ich bräuchte oh einer ist gebrochen wir dauern den dir auf nein auf ihn ah Mist wo ist der hier komm jetzt her Mann lass mich doch mal fix den übernehmen ich lass den nicht jetzt aber komm ja darfst du für mich kämpfen wie sieht's aus wende dich von deinem herren ab und diene Mühe ja was soll ich für dich tun du kannst ein bisschen für mich kämpfen mhm oh ich hab wieder volles Leben das gefällt mir gut hochgebrochen komm du darfst auch für mich kämpfen das schiefst du das schiefst du das schiefst du das freut mich was entkommen diese drei Hauptmänner werden nicht auserwählt doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz alle die ausgewählt werden töten wir wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können können wir sie zumindest verlangsamen tja die auserwählten abgeschlossen nicht wahr und ein weißes Juwel bekommen und Hocklick ist entkommen Hocklick das haben wir aber so nicht abgesprochen ne oder der Hocklick die alte Hibbe 80 oh jetzt jetzt ist der alte Häuptling verfügbar aha in Gorgorod und wie sieht es hier aus das Ritual ist noch gesperrt du musst wieder Beherrschung ach Beherrschung so gucken wir mal hier rein ist der denn immer noch Hack aber da stand jetzt so verfügbar hm komisch äh Beherrschung hier unten komm ran so und jetzt kann ich nach nach Zirid-Ungul und das Ding ist in Gorgorod Kargors befreien und beherrschen und wir sind gerade in Serigost richtig ok dann auf nach Zirid-Ungul Hallo sei mir gegrüßt wir wollen hier das Ritual lass uns mal hierher reisen die Truppen wachsen die Toten häufen sich und der Krieg geht weiter der Krieg geht weiter in diesem endlos game das Ritual Eltariel hat den Standort eines Nazgul Rituals entdeckt unterbrich es damit die Nazgul nicht noch mehr auserwählte erschaffen die еля der wer cooking so werden auserwählte also gekürt ich hätte es mir irgendwie festlicher vorgestellt der Nazgul ist ganz auf das ritual fokussiert der perfekte moment um zuzuschlagen der weg wird von schützen bewacht es wäre klug sie lautlos zu beseitigen alles klar nichts ging nicht ja sei mein ach schleichen beherrschen soll ich anwenden auf bogenschützen haben wir die jetzt alle da hinten sind noch welche ok dann testen wir die sache noch mal geht das das geht mal gucken ob ich jetzt immer noch nicht mehr du nährst nee so gibt es noch irgendwo ein boogie sieht schlecht aus war da unten sind keine mehr oder nee das sind keine wir schießen mal auf den freund da ja ich weiß ja aber naja gut haben wir mal oh da ist einer da ist einer Mist ich hab nicht willkommen Talion willst du zusammen mit diesen drei den Hexenkönig dienen es ist ein Schicksal wie du weinst wir werden nie aufhören nicht mit dem Auserwerden und erst recht nicht mit dir ich diene den Nazgul und sie dem Hexenkönig auch du wirst ihm dienen oh das klingt wirklich gut kein Gerede mehr los auf ihn na dann kommt mal ran Jungs guck hier ist so ein schönes Fässchen ja du stehst gerade sehr schön da dann wollen wir hier mal ein bisschen ey dann schnappen wir ihn uns gleich mal komm du darfst dann auch gleich mal für mich tätig werden mein Leben für dich heller Herrscher so sieht es aus so Freunde wo ist denn der nächste dich okay dann schnappen wir uns erstmal den hier hin oh da ist Benommen komm erstmal ne ich will an den Benommen hallo ich will an den Benommenen ran hier jetzt bist du mein sehr gut na dann los stürz dich in den Kampf Junge ich schütze dich und dann nennen wir noch ihn hier ach so du willst nicht so richtig jetzt aber komm mal sehen mal sehen ich diene nur dir ich kämpfe für dich zusammen den Narskuhl kaputt machen oh der ist auch schon gebrochen ha na das lief ja gut das Ritual sehr gut also lass uns weiter reinschauen 90% Schicksalsumkehrung Gorgorod war das hier nicht auch ein Gorgorod oh das ist auch ein Gorgorod das trifft sich gut ach so ein wildes Rumgereise hier überall da sind wir jetzt in Gorgitown und hier ist alter Häuptling hm könnten das vielleicht zuerst machen mal sehen und dann reisen wir hier hoch ok wir probieren das mal so in dieser row 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 your boat haha gucken wir mal ob dann jetzt diese Fähigkeit aktiviert wird oder ob das immer noch nicht geht mal schauen alter Häuptling der Eisenreiter logge den Eisenreiter hervor indem du Karagor befreist und beherrsche ihn dann einer meiner alten Häuptlinge der Eisenreiter vermochte es Karagor ganz instinktiv zu verstehen tatsächlich war er mehr Tier als die anderen Oruks und jedes Tier kann folgen wenn man das richtige Zaunzeug besitzt also wollen wir erstmal ein paar Karagors befreien oder Hinrichtungen ah Hinrichtungen ok mal sehen wo sind denn hier mal ein paar Karis warum geht denn das Schattenbeherrschen nicht mehr doch Schatten aufsitzen jetzt geht's drei Hinrichtungen ist das eine Hinrichtung und ne doch ja war eine ok dann fix noch eine andere sehr gut und dann befreien wir mal die restlichen wo ist er denn hier ist einer na komm näher ran hallo bitte na du sollst nee der macht das immer nicht man Junge na na dann halt so auf die altmodische nee dich graug lass ich mal in Ruhe was du hier schön ne ah dann ist er gleich tot schade ok ok da hinten ist einer ach hier oh ich brauche Geschosse komm lass dich hey ich muss mir hier mal ein paar Geschosse beruhigen Junge hä das geht nicht ach so weil ich wieder hm komm ich nochmal rein in die Fähigkeit ne Mist jetzt hab ich keine Geschosse mehr weil ich diese komische Fähigkeit aktiviert hab hier muss irgendwo Pfeile sein wo sind denn die ich sehe sie nicht Mist na gut dann halt ohne Pfeile muss auch gehen komm ich laufe hier völlig kreuz unter quer und finde die komischen Carys nicht da ist einer ja so vier haben wir schon befreit na dann nehmen wir ihn noch fünf Grisha das wollen wir erst mal sehen aber ohne Pfeile ist es ein wenig schwierig komme ich denn immer noch nicht auf die Fähigkeiten doch hier ne Charakter ja ich brauche Pfeile jetzt habe ich sie wieder wenn ich einen übernehme ihn zum Beispiel und dann ihn noch kommt kommt und gib mir all deine Pfeile sehr gut und jetzt gucken wir mal darunter seh nichts machen so so sieht's gut aus naja naja guck hier ist Feuerchen für dich mache ich hier richtig hier an so wie sieht's aus feuerfest natürlich naja ist ganz schön was los hier ist ordentlich was los da können wir hier ein bisschen bisschen aufräumen auch ein bisschen Pfeile ja wieder ein bisschen durchgehen hier ein bisschen Fokusshammer es sind ganz schön viele geworden ich könnte mal hier ein bisschen geht das weg man 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 ich muss erstmal hier verschwinden ein bisschen von mir hier mal ein jung bisschen zur Gemüte führen au tschüss junge keine Lust mehr auf dich au dich können wir auch mal nehmen gott danke lass mich hoch sind zu viele bitte hoch mit dir ja dankeschön feuerfest ja feuerfest muss auch mal ein bisschen Reis ausnehmen so jetzt können wir uns ein bisschen hier gut tun ja das hast du nicht kommen sehen junge ich will feuer machen also hier ja das will ich machen jawoll gebrochen war da einer gebrochen ne er zirn ah mist oh ich muss hier ein bisschen oh ja nee ich muss ein bisschen abhauen sonst machen die kaput kaput nein geht ah ich muss ja mal ein bisschen land gewinnen freunde und muss ja mal ein bisschen energy tanken und nochmal danke und jetzt kann ich mich wieder ein bisschen ins geschehen stürzen ah das tat weh oder angepasster typ oh ich bin schon wieder weg der hat mich dreimal getroffen krasser typ krasser typ na also der kampf ist ordentlich mein lieber schwan der kampf ist richtig ordentlich 1 2 3 das ist schon das fordert mich schon ein wenig in meinem alter noch so viel aufregung hier ist feuer ja kommt dran jungs ja das gefällt mir gefällt mir doch nicht aber jetzt ja mir kann das feuer nicht so viel den 48er da müssen wir eigentlich ausschalten ne nicht den ah angepasst Mist oh hier ist wieder ein Feuer ja oh ich muss wieder tanken ich muss tanken Freunde Mist hier wäre ein Feuer angebracht gewesen da unten so jetzt könnten wir wieder ein bisschen ins Geschehen eingreifen wo sind denn unsere Lieblingshelden da unten irgendwo da ist einer ja das war gut komm ran ran hier ja gebrochen sehr gut na er kämpft für mich Nummer 1 na das hoffen wir mal was willst du denn okay dann machen wir den nächsten erstmal hier noch wie sieht's aus bist du immun ne bist du nicht komm wir metzeln ein bisschen auf dir rum naja du bist wieder ja ja der ist auch angepasst der ist ganz schön aber jetzt kriegt man da komm man der blockt immer der Typo jetzt gebrochen ey aber du bist auch gebrochen okay dann dämmer dich Mist dann halt jetzt ey komm ich muss hier weg das nützt nichts obwohl die gebrochen sind ich muss erstmal flüchten ich muss mir erstmal Energy holen das hilft alles nix und jetzt gehen wir ihn an erstmal na wollen wir uns erstmal ihn na oh ne das ist Griecher ne da war ein Fehler da ist der oh der ist schon wieder nicht mehr warte mal jetzt könnten wir ihn ah das könnten wir musieren komm lauf ich hole mir jetzt einen Kargore wenn ich mal hier einen sehen würde oh die bluten alle beide was ist denn los mit euch ach da unten sind die Karis ja na hallo ich muss die erstmal wieder jetzt bin ich etwa tot nee ich wollte schon meinen aber jetzt Mist ich hab zu viel rumgeaddelt die her das ist das das das